Also, da haben wir gesagt, keine Lumpencreme. Ja, wir müssen aber ein properer Käse für eine Lumpencreme sein. Es wäre nicht einfach, dass es nicht für ihn ein Flap gibt. Ein Flap, das für eine Autorisation gibt, ist das. Die Flap, die hat hier eine Autorisation gegeben, für drei Kantern zu machen. Das heißt, die Kantern, die du gefunden hast, musst du einfach holen. Und dann müssen sie irgendwie passen. Also, das ist nicht, dass die Leute hier zu Lützburg und zu Kliff auf die Tour gehen können. Wir waren in Wremsch, zu Kliff, telefonisch gerufen dort. Dort konnte ich gehen. Wir sind mit dem Flap, der Schellen, das war verbunden. Stimmt, wir gehen, wir waren beide. Mit der vierte. Wo ist ein Auto, wo ist ein Paar, wo ist ein Hund. Viele Begleitpersonen, die noch müssen dort gesehen sind. Aber wir waren, wir waren, wir zwei. Die Bau waren, die waren doch. Nein, die Bau waren nicht auf Schwenk, die waren. Aber das waren die Klo. Die waren doch, als die Klo, die auch drauf. Aber ja. Und das war dann, die konnten dann das vor. Wir waren nach, weil der Flap war, das musste da vorstehen. Und dann musste ich 24 Jahre sein, für ein Meesterbrief. Ich hatte zum Beispiel das Problem. Meine Mama war krank gewesen. Ich war jung. Ich war jung. Ich war nicht so. Du konntest auf die Pettel. Du darfst nicht in die Polizei stehen. Du bist nicht in die Polizei stehen. Ich habe gesagt, lachen wir mal. Das geht nicht. Das ist der nächste Mann. Das ist der nächste Mann. Das ist der nächste Mann. Also, sterben die Panzer. Du hast meine Mama gestorben. Du warst nicht nach 24 Jahren. Aber ich war nur in der Schule in der Garage. Und dann war ich direkt Martin auf der Türke, weil meine Papa schon eine Herzkrank war. Und dann war ich auf die Polizei gekommen. Und dann war ich auf die Polizei gekommen, weil sie gesagt hat. Du hast immer geluht. Ich war nicht mehr für mich zu schlagen. Weil sie müssen sie nicht kennenlernen. Und dann war ich so verstanden, wie sie nicht gekommen sind. Ja, das ist dann selbst geschickt. Du musst den Tieren haben. Du musst den Stempel raus. Du musst den dann flippen. Du musst den dann flippen. Wenn derjenige das war, wo er steht, als er in die Polizei steht, da steht dann die. Das hatten wir auch. Ich meine, für drühen. Das hätte man schon können gehen. Da hätte man schon können gehen. Meine Mama, wir können auch. Aber die müssen alle jungen nachschicken. Das war die Meesterprüfung, was sie so will sein. Das stimmt auch darauf, dass du nicht mehr darfst. Porzellein zu machen. Das wollte ich nicht mehr. Und wenn wir die Glässe zu haben, wir hatten die Plastiksemer, Plastikzeibecken, das war alles. Das war immer eine Miet. Wir waren immer eine Miet. Wir waren immer eine Miet. Wir waren immer eine Miet. Die Bolli waren Miet. Das war immer eine Miet. Die Bolli kamen nicht mehr, wir waren die Leute, sondern sie haben die Lompe Miet. Das war immer eine 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 Miet. Das war es. Ich weiß nicht genau, wenn man 80 oder 90 Jahre ist. Als ich nach Hause komme und ich werde mit, lasst ihn nicht in Blompe gehen, den Namen Mann. So ist das so, so ist das. Der Mann hat auch von Boerheiser am Rollingen gingen. Andern hat auch die Wissen, die maternität haben. Oder die vier haben, die haben die Fußball-Therren, weil das alles ist. Ich hatte hier auch noch mal gemacht. Ich habe mich auch noch nie gemacht. Es hat mir nicht gefordert, Die Mannen und vielleicht? Ich warst der Paffer. Aber es geht mir jetzt. Ich war auch nicht. Ich habe mich schon gefordert. Ich werde mich aber schon vergessen. Aber ich habe mich noch angeschaut, und ich hatte mich noch nicht im Haufen. Ja der war Ja. Aber es war eine Ohrgeist.